Ja und damit herzlich willkommen zu einer Runde Bedrohls zusammen mit dem Freekicks Hallo Und mir dem Stylecofter Und ja hier pünktlich zur EM haben wir auch Obwohl ist ja ein bisschen spät weil die EM hat ja schon angefangen Haben wir uns auch schon extra passende Skins dazu gemacht mit dem deutschen Nationaltrikot Perfekto Und Ja wir haben uns einfach gedacht nehmen wir einfach mal zusammen eine Runde Bedrohls auf Runde Challenge oder sonst irgendwas Mal schauen was sich daraus ergibt Läuft bei dem Läuft sich gut gut geworden Was wir auch mal genügend Blöcke lassen Okay alles klar Ja ein bisschen Der Rest hat er Okay die Rohre schon versuchen durchzukommen Bei mir kommt die nicht vorbei Ah okay Ah okay einer den habe ich durchgerissen Was jetzt Naja Einer ist die Sprache Auslandsweise mal Das kann er nicht besser Aber komm jetzt kommen viele Da ist jemand ich bin nicht du Was Was Nein Ich von hinten Ich lasse diese ganzen Diese von hinten anschleichen und dann Wie er da rumsteht als ob ich ihn nicht sehe Wer hat denn das Bett nicht eingebaut hier? Haben sie das immer noch nicht eingebaut? Ah doch jetzt So jetzt komm ich mit dem Knockback-Strik LOL BUCK Nein Vorher bin ich hier nicht mehr getroffen Oh da befunden unsere Bogen Unser Weg ist safe Ich einfach eigentlich nur die ganze Zeit versuche die Gegner wegzuhauen. Mehr mache ich gerade irgendwie nicht. So, jetzt versuche ich meinen ersten Angriff. Kommt doch mal Gold. Ach jetzt. Ja, ich hab zwei. Na wieder. Ja, was ist das denn? Als ob der ihn checkt. Als ob der so rechtzeitig immer schlagen hätte. Jetzt muss ich ganz schnell zur Base zurück. Und oben kommt nämlich, glaube ich, ein Gegner. Wieder runtergeflummig. Okay, ich hab keinen Gold für irgendwo. Ja, und da hab ich den ganz schnell noch weg. Und im letzten Moment, das wär fast unser Bett gewesen. So, ein Angriff von mir. Nein! Und ich land natürlich daneben. Ich kann mir den letzten Lila nennen. Und jetzt versuche ich meinen nächsten Angriff einfach mal auf Rot. Nein! Und ich spring natürlich daneben. So, kannst du mit Rot angreifen? Hä? Neul, wie schnell? Hä? Deine Rote ist richtig selbst. Äh, zu groß? Ja. Mach das mal auf. Bestens. Okay. Da oben ist noch einer, ne? Da oben ist dann. Pass auf der Rot im Block und sie ja. Ja. Oh shit. Hast du mal jetzt? Scheiße, ich hab keine Spitznache. Ich hab keine Spitznache. Ich hab keine Spitznache. Ich hab durchschränke. So, ohne Ruhe ausgerissen. Geh ich jetzt einfach wieder weiter zu rot. Wir dürfen jetzt gerade nicht wieder sich weiter ausgerissen haben. Ja, aber die können dann leicht wegkippen. Da ist halt das Risiko. Von wenn keiner unserer Mates kommt. Ja, alles klar. Ja. Okay, nur noch grün. Die sind aber auch nicht so auf dem Ding. Ja, da hab ich doch das Bett. Oh, nice. Hm. Ja, da kann ich sofort warten. Ja, versucht die restlichen Broten zu prüfen. Da wollte einer flüchten. Pass! Wir sind jetzt nicht rausgerannt und haben uns gefehlt, oder? Haben die nicht gemacht, oder? Ja, ich hab... Sind die bei uns der Geist? Sind die bei eurer Base? Ich versuche jetzt einen Boden wegzubauen. Also sind die da? Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Heute rein und... Ciao! Ja, tschüss!